Ja hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout New Vegas. Ähm, im letzten Part haben wir irgendwo da hinten, da oben, die Codes abgegeben. Wir haben die Leglurks kennengelernt und am Ende habe ich eine Nachricht über Ede bekommen. Die Bruderschaft möchte ihn gerne untersuchen. Oh, sagen wir mal so, die wollen dann wahrscheinlich auseinanderbauen. Jetzt denke ich mir, wir schwimmen mal hier. Na. Schwimmen mal hier eine Runde. Ede kommt mit, okay. Trinken, na, trinken können wir auch. Aber nicht absichern. Halt mal auf. Ich muss immer auf die Karte gucken. Fällig falsch. Wir müssen in die Richtung. Immer mal zwischen mich und mir. Gucken. Na, ist aber nix. Da ist ein Stau-Dummen-Dinge. Ne, ist die falsche Richtung. Wir müssen hier. Das ist wahrscheinlich das nächste, was wir entdecken müssen. Das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Flugzeug? Nein. Das ist jetzt so keine Maya Luxe zu sehen. Was ist denn da oben? Das ist dann interessant. Ja, aber ich will mal lieber unsere Sachen ein bisschen... ...vor wir bringen und aufteilen, gah? Okay. Hier ist aber nix. Okay, kommen wir denn da hoch? Muss in die Richtung. Ach, geht wenigstens schneller. Als wir laufen. Aber ich habe noch kein... Wo sind Feinde? Aha, da oben wahrscheinlich. Ich... Was ist denn das? Oh! Ohohohoho! Seht ihr das, was ich sehe? Ja. Da sind wir auf sich ja. Aber was für welche? Fliegen oder was? Was? So, I know. Nein. 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 Eddie, komm. Oh. Hallo. Oh. Bitte, 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 bitte. Stirb. Stirb. Nein, nein. Nein, bitte, bitte. Ich bin tot. Wir müssen gucken, dass wir woanders am Ufer kommen. Und wo haben wir gespeichert? Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Kleinstverbranntes Buch. Dann machen wir es so, wir laufen und guck mal, was da oben ist als erstes. Fertig mit lustig. Jetzt schon wieder. Ach so. Stier. Haut ab. Bist er tot? Schaut sie aus. Deine Kollegen haben mich getötet. Darum bist du jetzt stark. Ach, aber ihr habt eh nichts dabei. Ihr seid leer. Also, Planänderung, wir gehen da hoch. Ich will wissen, was das ist und dann gehen wir darüber irgendwie, schaffen wir das schon nochmal. Gut. Irgendwie. Auch wenn es länger dauert. Aber das müssen wir jetzt immer ein bisschen mehr. Das war nochmal hinten, so ein Turm. Aber wir wollten in die Richtung. Wenn es geht. Ja, ja. Stimmt, wir sind ja durstig. Was erwartet uns hier, wenn wir hier entlang laufen? Auch nichts Gutes wahrscheinlich. Mist, wir können auch nicht so hoch springen. Das ärgert mich auch. Das ist pärgerlich. Können wir hier ein bisschen klein bin? Nein. Nee. Na komm, komm. Komm, komm, komm. Du schaffst alles. Du schaffst alles. Na, weiter geht's nicht. Mist. 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 Ja gut, Mama, wir sind im Weg, egal. Wasser lassen wir erstmal. Ich weiß, wir haben Durst. So, wir wollen das suchen. Bis jetzt schaut alles ruhig aus. Es freut uns ja. Wir haben wirklich langer Marsch da. Die Berge umbrunnen. Naja. So, wir müssen da noch ein bisschen umschauen. Haben wir auch nicht richtig gemacht. Aber da führt uns ja eh wahrscheinlich nochmal die Mission dahin. Wir haben im letzten Part eine Mission bekommen. Und zwar sollen wir mit den Karns da verhandeln. Großkarn. Silberblatt Nachtschatten wäre. Okay. Ja, wir umrunden das halt alles ein bisschen. Wir müssen da rüber. Wir gehen jetzt aber auch. In die falsche Richtung. Aber wir müssen hier hoch. Da, ja. So. Wenn wir den Kleinen hier im Berg hier erklimmen könnten. Aber. Natürlich nicht. Das ist so ein Witz. Oder das ist wirklich ein Witz. Aber, naja. Nein. Witz, komm raus. Du bist so zingelnd. Nein, er ist wirklich ein Witz, oder? So eine kleine Kante. Kann man nicht drüber? Ja. Traurig, aber wahr. Gut. Dann laufen wir jetzt so rum. Hoffen, dass uns nichts Böses bedeckt. So. Toll. So. So fährt es auf den richtigen Wegen. Ja. Da in die Richtung. Weiz. Gut. Hat sich da was bewegt, ne? Du bist da, ne? Du sagst Bescheid. Wenn wir in der Nähe sind. Oh, wo sind wir denn hier? Ah. Körnel Moore hat vier Feldzüge im Westen gegen die Bruderschaft überlebt. Falls irgendwer gegen die Leadschen helfen kann, dann sie. Kler. Was ist dieser Bunker? Wo war Stau da? Kannst du nicht auch hier was erledigen? Ne, aber links haben wir ihn entdeckt. Oh, der Stau da. Sehr schön. Also ein paar Leute. Techniker. Überall hört man, dass Oliver bald ankommt. Das bedeutet wohl, dass die Schlacht bevorsteht. Ich vergeude meine Zeit nicht mit Störenfrieden. Okay, sorry. Aber gibt es keinen Leutnant oder so? Bestimmt da drinnen. Da hätte ich doch vielleicht versuchten können, mal reinzugehen. Okay, so ich stand jetzt auch vor einer zogen Tür. Deswegen habe ich nicht dran gedacht. Gehen wir mal rein. Oh. Techniker. RNK. Danke. Danke. Leer. Ähm. RNK Sturmsoldat. Es ist ein langer Einsatz gewesen. Ich kann nur noch daran denken, nach Hause zu kommen. Nein. Aber seht ihr, das ist ein bisschen... V-4 sind die Rüstungen, als wäre man 10 Meter groß. Okay, wer bist du? Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Ähm. Wo ist denn euer Leutnant oder hier? Ja, wer. Ja. Sie haben eine Sonderausgabe der Mojave Sehenswürdigkeiten. Das ist ein bisschen schnick. Und, sehr schön. Hallo. Hallo. Hier, was? Nein. Techniker. Kampflos geben wir nicht auf. Ja, ja. Darauf kann sich die Legion verlassen. ein. Änker. 1. Öffne auf zum... ...nach Hover Stark im Kraftwerk 1. Mal sehen. Lassen wir uns schon wieder abminken. hallo hallo stehlen dietrich und du was passiert ich mache nichts dummes bei der nk mehr denn ja ihr wisst ja ich habe bei helio swan miss gebaut und dann seitdem hassen die mich kampflos geben wir nicht auf darauf kann sich die legion verlassen kassandra moore hallo endlich mal jemand der was zu sagen hat hallo nein nicht mit dir um was es auch geht machen sie schnell ich habe keine zeit für unproduktives geschwärts dann schlage ich vor dass sie den bereich verlassen meine leute haben befehl jeden zu erschießen der sich in sicherheitsbereichen herumtreibt ok unfreundliche person netter muss hier schon welcher vorkriegsbuch vorkriegsbuch hier ist alles stehlen ich will mir mit denen nicht versauen so gehen wir wieder raus rechrom kassandra techniker billiard ich verirr mich doch hier kassandra wo sind wir jetzt jetzt kann etwas trinken durststille kassandra und da blinkt es so deswegen war ich jetzt irritiert sind wir hier oben toll aber es hat gespeichert 3 und 8er patronen danke über knallt es hier wieder rein ich glaube wir hier sollen wir noch gar nichts machen das sollte es mir wirklich erstmal nicht verscherzen mit den herrschaften es ist eh alles stehlen also warum sich die mühe machen und hier alles zu durchkämmeln techniker guten morgen guten morgen guten morgen techniker alles techniker das sollte vielleicht gehen sonst ähm ja exit da geht's raus also gehen wir in die richtung hey hallo ist nur kassandra hier kolonel oder gibt es hier auch noch andere richtigen richtigen leute erfordert schlüssel ok ja in dem fall es ist ja wieder ein riesen ding ne ich will nix ich will nix stehlen aber auch alles stehlen hier kann man hier was kochen ja gut wir sehen zu dass sie rauskommen und äh unser ding machen kampflos geben wir nicht auf darauf kann sich die legion verlassen hallo hi ja alles techniker hier ja wo war jetzt der ausgang exit hab ich irgendwo gesehen gehabt oje ich hab mich jetzt total verlaufen komm raus hier ja so eine patrouille durch die mojave lässt einen fast auf einen nuklearen winter hoffen ok techniker aber wir kommen gar nicht weiter über den stau dann man bin ich fertig mohr drillt uns ohne pause kein zugang na toll na toll dann haben wir Pech gehabt was gibt es hier noch ja gut wie vielleicht führt uns noch eine mission hier hin Da hat mich das Spiel mal kurzerhand rausgeschmissen. Ist einfach abgestürzt. Okay, wir können eh nichts her tun. Welche Richtung müssen wir gehen? Eigentlich da rüber, aber wir kommen über den Staudamm nicht rüber. Was für ein Mist. Ja, ja, hi. Oder kommen wir von innen da durch, irgendwie. Ist das da hinten eine Brücke? Ist das aber Tengelbrücke bei dem Wasser? Oder was war das? Was ist das, was da hinten? Ja. Das heißt wahrscheinlich für uns, wir müssen doch durchs Wasser. Was mir ja sehr viel Spaß macht. Das ist wahrscheinlich auch noch ein RNK-Ranger. Dass man nicht rennen kann. Ah, je. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich da jetzt durch zu wurschteln überall. Weil ich einfach jetzt die Mission gerne machen würde, die ich zu machen habe. Das heißt in die Richtung. Also vergessen wir erstmal den Staudamm. Der hat wahrscheinlich später noch eine Bedeutung. Dann wird uns wahrscheinlich auch eine Mission gezeigt. Ja, aber da kommen wir ja nicht durch. Ich muss total außen rum. Nein. Jetzt sind wir hier wieder am Anfangspunkt. gut, aber ich würde sagen, wir beenden den Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentart, Tipps und Tricks so immer, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios.